Spaß mit Elektronen, zweiter Teil, da geht es um das elektrische Feld und erinnern wir uns, beim letzten Clip wollte ich Ihnen eigentlich die Katze mit den Styroporchips zeigen, aber stattdessen war die Katze dazu nicht bereit und da haben wir dann ein anderes Experiment gemacht. Ganz wichtig in der Physik ist, Experimente müssen reproduzierbar sein, das heißt also, wenn man eine Erkenntnis hat, dann muss man die nochmal überprüfen, um sicher zu sein, dass man keinerlei Fehler gemacht hat. Und genau so möchte ich das auch bei dem Experiment vom letzten Mal machen. Ich habe heute noch einmal den Luftballon gerieben, so wie beim letzten Mal und dann konnte ich das reproduzieren und als Besonderheit zeige ich Ihnen jetzt das Gleiche nochmal in Zeitlupe. Man sieht also, welche Kräfte diese Elektrostatik hat, mit welcher Kraft die Papierstückchen hochgezogen werden, aufgrund der elektrischen Ladungen auf dem Luftballon. Und was man auch in der Zeitlupe sieht, ist, dass die nicht einfach nur angezogen werden, sondern ab und zu fällt auch wieder eins runter. Das hat damit zu tun, dass die Papierschnipsel an dem Luftballon die Elektronen aufnehmen, dann auch negativ werden und dann von dem Luftballon wieder abgestoßen werden. Dann fallen sie runter, geben die Elektronen ab an das Metall des Tabletts und dann können sie wieder angezogen werden von dem Luftballon. Aber die eigentliche Frage, die ich heute beantworten möchte, ist die Frage, wie kann es sein, dass die Ladungen im Luftballon mit den Papierschnipseln am Boden Kontakt aufnehmen und die dazu bringen, hochzufliegen. Das heißt also, wenn da Kräfte wirken, wirken die über die Ferne oder wie funktioniert das Ganze? Physiker mögen diese Fernwirkungen nicht, das hat was mit Okkultismus zu tun, mit Geistern, da steht jemand ganz woanders und beeinflusst jemanden, der wiederum ganz woanders stehen kann. Und solche Fernwechselwirkungen, die man nicht versteht, möchte man in der Physik nicht haben und darum sucht man nach Erklärungen, wie man diese Wirkung der Ladung auf eine entfernte Ladung anders verstehen kann. Anders als dadurch, dass man denkt, das passiert über die Entfernung mit irgendwelchen seltsamen Kräften. Gut, diese Kräfte existieren nun mal und die Erklärung dazu, die hat mit dem wichtigen Begriff des Feldes zu tun, in unserem Fall also das elektrische Feld, später kommen wir noch zum magnetischen Feld, es gibt auch das Gravitationsfeld und noch andere Felder, die in der Physik entdeckt wurden als Teile unserer Welt. Schauen wir uns also doch noch einmal die Kräfte an, die wirken. Dazu kann ich Ihnen hier am besten wieder eine Simulation zeigen. Da sehen Sie also hier Folgendes. Wir bringen jetzt eine positive Ladung in den Raum und noch eine zweite positive Ladung. Diese beiden Ladungen, die stoßen sich ab und diese Kraft zwischen den beiden, die ja im Prinzip auf die Ferne wirkt, die wollen wir jetzt verstehen. Stellen wir uns vor, wir hätten jetzt einen Sensor, der an jeder Stelle messen könnte, wie groß ist diese Kraft auf diese Ladung. Im einfachsten Fall ist der Sensor einfach eine kleine Ladung und man misst die Kraft, die auf sie wirkt und dann sieht man, die Kraft wirkt immer so, dass sie von der positiven Ladung weg zeigt und sie wird umso schwächer, je weiter sie weg ist, aber sie wird umso stärker, je näher man drankommt und sie zeigt eben immer weg von der positiven Kraft. Diese Kraft, die kann man also jetzt für jeden Punkt im Raum definieren. Die ist natürlich umso stärker, je größer die Ladung ist. Wenn man aber eine Standardladung nimmt, dann hat man eine definierte Stärke der Kraft und diese Stärke der Kraft normiert auf die Ladung, die nennt man die elektrische Feldstärke. Die kann man also jetzt in jedem Punkt des Raumes eintragen. Man kann jetzt zusätzlich natürlich noch eine zweite Ladung hineinbringen und diese zweite Ladung spürt nicht nur dieses Feld, die erzeugt auch selber wieder ein Feld. Und dann sieht man, daraus resultiert dann ein neues Feld, was eine andere Struktur hat als vorher. Und wenn man jetzt eine negative Ladung stattdessen hineinbringt, dann kriegt man eine andere Konfiguration als bei zwei positiven Ladungen. Das heißt also, jede Ladungskonfiguration führt zu einer bestimmten Feldkonfiguration und dieses elektrische Feld ist im gesamten Raum vorhanden. Es gibt also quasi nur ein elektrisches Feld im Raum und die Feldstärke kann man an jedem Punkt des Raumes messen, indem man eine Probeladung hineinbringt. Und durch ein solch komplexes System von Ladungen kriegt man ein komplexes elektrisches Feld und an jedem Punkt ist definiert, wie stark das elektrische Feld dort ist. Wenn man jetzt verstehen will, wieso die Ladung über große Entfernung Kräfte ausüben können, so hat man jetzt einen Zwei-Schritt-Prozess. Als erstes erzeugt die Ladung ein Feld im ganzen Raum und als zweiten Schritt kann man dann berechnen, wie eine zweite Ladung an diesem Punkt des Raumes durch das dort vorhandene elektrische Feld beeinflusst wird. Das heißt also, man macht aus dieser Kraft, die in Ferne wirkt, eben diesen Zwei-Schritt-Prozess. Man erzeugt ein Feld und das Feld wirkt dann auf die zweite Ladung. Das Feld wird umso schwächer, je weiter man weg ist von der Ladung, aber letztlich ist dieses Feld im gesamten Raum. Wie so ein Feld auf eine Ladung wird, kann man hier in der folgenden Simulation sehr schön erkennen. Wir stellen in dieser Simulation jetzt einmal ein externes elektrisches Feld ein. Da gibt es also ein Kästchen, wo man das externe Feld einschalten kann. Dieses externe Feld ist jetzt durch die Pfeile gekennzeichnet, wieder wie eben bei dem Bild auch. Und je nachdem, in welche Richtung man das einstellt, kriegt man ein anderes Bild. Hier, das ist also jetzt ein sogenanntes homogenes Feld. Das ist überall gleich stark und es zeigt überall in dieselbe Richtung. Wie das erzeugt wird, sieht man in dem Bild nicht. Das heißt, da müssen außerhalb viele Ladungen sein, die dieses Feld erzeugen. Als nächstes fügen wir jetzt in dieses Bild eine Ladung hinein. Und wir sehen, das Hineinbringen einer weiteren Ladung in so ein homogenes Feld verändert das Feld, weil die Ladung selbst ja auch ein Feld erzeugt und damit das Feld ändert. Wenn man jetzt die Ladung loslässt, was passiert dann? Nun, das elektrische Feld zieht die Ladung in Richtung der Feldlinien. Je nachdem, in welche Richtung man das Feld einstellt, wird die Kugel immer in diese Richtung fliegen, die dieses Feld angibt. Wenn man jetzt das externe Feld ausschaltet, dann sieht man, fliegt die Kugel wie ein ganz normaler Ball durch einen Raum, wo keine Kräfte wirken. Und wenn man das Feld dann wieder einschaltet, dann sieht man, die Ladung wird wieder entlang der Feldlinien gezogen. Und hier sehen wir jetzt den Fall, dass wir zwei Ladungen hineinbringen. Die beiden Ladungen stoßen sich ab. Jedes hat sein eigenes Feld um sich herum. und die beiden zusammen bilden dann dieses komplexe Feld, stoßen sich ab. Und hier zum Schluss noch ein bisschen Spielerei mit vielen Ladungen. Das sind also alles positive Ladungen jetzt. Ich kann jetzt zusätzlich auch negative Ladungen noch hineinbringen. Und wenn ich das mache, dann gibt es also ein paar Ladungen, die sich abstoßen, ein paar, die sich anziehen. Und das Ganze gibt dann ein komplexes Bild mit komplizierten elektrischen Feldern. Und so erklärt man halt die elektrischen Kräfte als Effekte eines Feldes, also einer Veränderung des Raumes, in dem wir uns befinden. Und wir selber sind hier auch in einem Raum, in dem überall auch elektrische Felder sind. Das heißt also, die elektrischen Felder sind überall auf der ganzen Welt. Und je nach Stärke der Felder kann man dann Kräfte erfahren. Oder eben auch nicht. Das Ganze ist hier auf der Folie nochmal zusammengestellt. Wir haben also ein elektrisches Feld. Das kann man an jedem Punkt des Raumes messen. Das ist also ein reales Feld. Das gibt es also wirklich im physikalischen Sinne. Weil alles, was wir messen können, was wir reproduzierbar erfassen können, das ist in der Physik real. Und dieses reale Feld übt Kräfte auf Ladungen aus. Andererseits wird es auch durch Ladungen erzeugt. Und als Physiker wollen wir das ja auch alles quantitativ und genau machen. Das heißt also, wir definieren jetzt eine Größe, die wir jetzt schon mehrfach genannt haben, nämlich die elektrische Feldstärke. und diese physikalische Größe hat in der Physik den Buchstaben E. Und der Pfeil auf dem E bedeutet, dass das mathematisch ein Vektor ist. Ein Vektor ist also nicht nur eine reine Zahl, sondern ein Vektor ist eine Zahl, die zusätzlich zu der Größe des Pfeiles, wie man es auch darstellt, noch eine Richtung hat. Das ist also eine Zahl mit Richtung, nennt man Vektor. Und dann braucht man natürlich noch eine Einheit, in der man diese Feldstärke messen kann. Und wir hatten ja gelernt, die Feldstärke ist eine Kraft, die auf eine Ladung wirkt. Das heißt also, wenn man die Kraft durch die Ladung dividiert, dann kriegt man eine Größe, die ist unabhängig von der Größe der Ladung. Das heißt also, Kraft durch Ladung ist elektrische Feldstärke. Die Einheit der Kraft ist Newton. Die Einheit der Ladung, haben wir ein letztes Mal gelernt, ist Coulomb. Das heißt also, Newton pro Coulomb ist die richtige Einheit, um die Feldstärke zu messen. Als nächstes wollen wir uns mal noch mit einem anderen wichtigen Punkt beschäftigen, der mit elektrischen Feldern zusammenhängt. Und das ist die elektrische Spannung. Spannung in Volt haben wir alle schon mal gehört. Was hat das jetzt mit elektrischen Feldern zu tun? Nun machen wir also folgende Simulation hier wieder. Wir nehmen unsere schöne Software. Da tun wir jetzt mal ein paar Ladungen an die verschiedenen Orte. Also zunächst mal ein paar positive Ladungen auf die eine Seite. Und damit es schön symmetrisch ist, ein paar negative Ladungen auf die andere Seite. Jetzt haben wir auf beiden Seiten vier Ladungen, vier positive, vier negative. Wenn wir jetzt eine weitere Ladung sozusagen als Probeladung in die Nähe der positiven Wolke stellen, dann ist klar, man braucht nicht nur Kraft, um die Ladung dahin zu schieben, gegen die Feldlinien, sondern man braucht auch Energie dafür. Andererseits, wenn wir die rote positive Ladung zu den blauen negativen Ladungen schieben, da gewinnen wir Energie, weil die ja angezogen werden. Wir müssen die sozusagen festhalten, damit die an nicht dahin fliegt. Das heißt also, außer Kräften geht es bei solchen Ladungen auch um Energien. Ja, Energie, elektrische Energien haben eine große Bedeutung in vielen Bereichen der Technik. Und darum ist das ein besonders wichtiger Begriff jetzt. Nun, was machen wir als nächstes? Wir nehmen jetzt mal ein Gerät. Dieses Gerät misst also jetzt, wie viel Energie man braucht, um mit einer Probeladung zu einem bestimmten Punkt zu kommen. Diese Größe, die man dann bekommt, die nennt man elektrisches Potenzial. Die wird in Volt gemessen. Und wir sehen also jetzt, jeder Punkt im Raum hat nicht nur eine Feldstärke, sondern wenn man von einem Punkt A zu einem Punkt B geht, dann braucht man auch eine gewisse Energie, um da hinzukommen, beziehungsweise man gewinnt eine gewisse Energie, wenn man da hingeht. Und diese Energie normiert auf die Ladung. Das ist also die elektrische Potenzial, potenzielle Energie oder das elektrische Potenzial. Dann kommen wir nämlich auch bald zu dem Begriff der elektrischen Spannung. Die elektrische Spannung ist also das gleiche wie das elektrische Potenzial. Nur bei der Spannung definiert man das normalerweise zwischen zwei Punkten. Und das Potenzial wird auch gegenüber dem Potenzial der Erde zum Beispiel gemessen. Und das ist hier auf der nächsten Folie nochmal zusammengefasst. Das heißt, was haben wir gelernt? Wenn man die Frage beantworten will, man hat verschiedene Ladungskonfigurationen, man möchte vom Punkt A zum Punkt B gehen, dann kann man die Frage stellen, wie viel Energie braucht man oder wie viel Energie wird frei, wenn man eine Ladung von diesem Punkt A zu nach B bringt. Diese Größe hängt, wie ich es jetzt schon mehrfach gesagt habe, von der Größe der Ladung ab, die man transportiert. Wenn man durch die Ladung dividiert, dann bekommt man eben wieder eine Größe, die nicht von dieser Probeladung abhängt. Und das ist halt die potenzielle Energie dividiert durch die Ladung, also Energie durch Ladung, wie es da unten steht. Das ist die elektrische Spannung. Die elektrische Spannung misst man eben durch das Volt. Da Spannung das gleiche ist wie Energie dividiert durch Ladung, ist die Größe Volt also nichts anderes als Joule pro Coulomb. Denn Joule ist die Einheit der Arbeit oder der Energie und Coulomb war die Einheit der Ladung. Gut, jetzt haben wir schon viele Begriffe gelernt. Wir haben heute also das elektrische Feld E kennengelernt. Wir haben die elektrische Spannung U kennengelernt. Und Sie werden sich nicht wundern, wenn im nächsten Clip nach der Spannung dann auch der Strom und der Widerstand vorkommen. Denn Spannung, Strom und Widerstand, das ist den meisten bekannt aus der Elektrizitätslehre, aus der Elektrotechnik. Überall da braucht man das. Damit verabschiede ich mich für heute und beim nächsten Mal geht es dann mit dem Spannung weiter. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020